So neun Leute ich bin's wieder 03 aus dem Gym heute habe ich wieder ein paar Leute dabei die mit mir trainieren dahinten seht ihr Marquez Duarte wie ging das doch mal hier Boss die Übung ich hab dir das doch gerade erzählt du Idiot man also er ist noch nicht so lange dabei tut uns leid die beiden üben gerade noch aber in zwei Wochen sage ich euch ehrlich dann nehmen die euch auf der Straße auseinander also an alle von der Grove oder von wem auch immer ihr seid nehmt euch in Acht wir werden euch jagen ach ja und vergesst nicht meinen Gutschein so und und so kaufen oder so fahren oder naja ich blieb mal kurz den Mauepack das muss ich schreien oh oh Oha, kurze Papp! Bitte dich auch mal vom Motorrad treten, ich will auch mal lachen. Ich bin halt fast tot. Oh, bitte nicht ins Pool. Wo siehst du, ne? Das ist halt schon krass. Nein! Wenn man runterspringt. Ah, Digger, ich hab nicht mal ein Zehntel. Ich will den Kongos, wenn man da runterspringt. Er hat sich sogar abgeruht. Jo, Leute! Ich bin's time one, ich bin wieder back. Jo, Leute, ihr kennt noch bestimmt Paco La Haine. Das ist der größte Flauenklärer auf diese ganzen Stadt. Jo, man. Ihr wisst Beside, Frauen, falls ihr mit ihnen werdet. Der Typ war so viermal verheiratet und möchte immer noch eine Frau klären und immer mit ihr wieder ans Schluss machen. Leute, ihr verarscht nur die Frauen. Darüber müsst ihr Beside wissen. Hast du noch was zu sagen? Jo, Paco, du kleiner Wichser, man. Du hast Tyrone Kinder geschlagen, man. Verpiss dich, man. Die Sache ist, Leute. An alle Frauen. Fangen gar nicht mit Paco Kontakt an. Er hat jetzt schon wieder mit drei Frauen Kontakt. Und war uns dann viermal verheiratet. Es ist also, Leute. Ich hoffe, dass TikTok hat alles gefallen. Was ist denn, mein Bruder? Ach, alles gut, alles gut. Was macht ihr denn, Digger? Was... Ja, 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 ja. 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 Du hast noch eine kleine Fähigkeit. Die andere sind so korrekt. Der ist so korrekt. Oh mein Gott. Wie ist denn noch? Einfach, ja, so steht dann, ja. So ist es so. Ich bin noch ein paar Fähigkeiten. Amnüßig! Valla ich bin tot, tot, tot! Safe, safe, tot, kom an GPS, kom an GPS! Ich bin tot, 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 tot! Valla, billah, ich bin ein Löwe! Wo ist gleich fell? Tja, wir sind wieder zurück, Taiwan euer Boi! Es bin hier mit meinem Boi Apollo. Ja, was geht's auch gut! Leute, wir haben gerade wieder Angebot gekriegt vorne. Von Marzia Webbüro, dass wir hier jetzt Firestorm springen dürfen. Und das ist voll krass, wir springen alle mit den Firestorms. Falls wir euch in den Firestorms sagen, dass wir melden sind, sind wir tot auf der Straße. Jo Leute, ich bin Taiwan, das ist Teil 2 vom Handyflug. Es bin hier mit meinem Boi Apollo, Apollo. Wie geht's dir? Yo, wassup Tiktok? Hier ist Apollo Creed von den Bloods. Ich bin mit meinem Boi Tyrone, wir sind im Helikopter hier mit John. Und Taxifahrer, sag mal hallo Jungs! Ja, for sure auf jeden Fall. Wir sind jetzt mit Wettbüro und werden Action-Maction machen. Oh fuck, you know what I'm saying, oh fuck. Yo Leute, es bin gespannt, aber es hat ein bisschen Höhenachs. Und zwar guck mal das ganze Tief und wir sind über die Wolke, das ist voll krass, aber ist in Apollo ein bisschen relaxed. Also wünscht uns Glück, dass alles gut geht und ihr wisst bestimmt. dass directamente Entpez Bier da gefallen ist auch auf Lockheime, seit 15h Kmin erhoben. Das weiß ich...... Das weiß ich. Äh? Nein. Was hast du mit mir gemacht? Ich bin in der Luft. Oh nein! Ich glaube wenn ich da einstecke passiert es wieder! Okay, start zuerst. Start zuerst. Aaaaaah! 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 Oh Gott! Aaaaaah! Nooooooo! Oh! Ich lieg! Aaaaaah! 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 Versagen! Ja! Wir würden uns gerne verabschieden! Eiuui! Aaaaaah! Aaaah! Eiuui! Aaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020